Die meisten Christen werden beigebracht, dass die Worte Jesus in Matthäus 28, 18 durch 20, die er an seiner Apostel richtete, den großen Auftrag, sind für die Kirche. Aber was ist der große Auftrag für die Kirche heute? Was viele nicht verstehen, ist, dass Jesus einen anderen Plan für sein Leib, das sind wir, die Kirche, hatte. Jesus selbst ernannte Paulus aus gutem Grund zum Apostel der Heiden, Epheser 3, 8. So, Epheser Kapitel 3, nehmen wir es bei 1 auf. Deshalb bin ich, Paulus, der gebundene Christi Jesu, für euch die Heiden. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist. Halt mir da kurz an, ich möchte euch was zeigen. Hier. Ihr habt ja gewiss von der was? Der Haushalterschaft. If ye have heard of the what? The Dispensation. Der Gnade Gottes gehört. Of the Grace of God. So, Paulus wurde der Haushalterschaft der Gnade Gottes gegeben, the Dispensation of the Grace of God, für uns die Heiden. Na? For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles. Deshalb bin ich, Paulus, der gebundene Christi Jesu, für euch die Heiden. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist, dass er mich, das Geheimnis, durch Offenbarung wissen ließ, wie ich zuvor kurz geschrieben habe. Fahre mir jetzt unter zu Vers 8. Mir, den alle Geringsten, unter alle Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden, den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Jesus wählte extra Paulus, um sein Leib aufzubauen, ab in Apostelgeschichte 9. Und die Lehre des Paulus ist für uns Christen heute. Jesus hatte einen Plan. Wir müssen unbedingt das Wort der Wahrheit richtig teilen. 2. Timotheus 2,15 Strebe, studiere, strebe eifrig danach, dich Gottes bewährt zu erweisen als ein Arbeiter, der sich nichts zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. A workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Wir müssen das Wort der Wahrheit richtig teilen. Verständlicherweise wollen die meisten Christen heute den Worten Jesus folgen und halten sich daher an den roten Buchstaben in den vier Evangelien fest. Aber sein irdischen Dienst galt nur den Juden. Um Jesus heutzutage biblisch richtig zu folgen, müssen wir über Paulus. Das bedeutet nicht, dass wir Paulus verehren, aber Paulus war dafür verantwortlich, die Lehre für den Leib Christi aufzuzeichnen. Die Bibel endete nicht mit dem Johannes-Evangelium. Es gibt noch so viel mehr. In der Apostelgeschichte änderten sich die Dinge. Es gab einen Übergang zu den Heiden, weil die Juden Jesus endgültig ablehnten und abgeschnitten wurden. Gott ist nicht fertig mit seinem Volk Israel, auch Jakob genannt. Bis dahin sind wir an die Reihe, das Evangelium zu verkünden, bis der letzte Heide gerettet ist. Dann werden wir entrückt und das Programm Israels geht weiter. So, Römer 11, das ist noch ein Geheimnis, was Paulus gegeben wurde. Er bekam sieben Geheimnisse von Jesus. Wir beginnen bei 25. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, aus Sion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von wen? Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen. Wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde, hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde euretwillen, hinsichtlich der Auserwählung aber Geliebte um den Vaterwillen. Denn Gottes Gnaden, Gaben und Berüfungen können ihn nicht reuen. Denn gleich wie auch ihr einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber Barmherzigkeit erfahren habt um ihres Unglaubens willen, so haben auch sie jetzt nicht geglaubt und der euch erwiesene Barmherzigkeit willen, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren soll. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. O welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unerforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass er ihm wieder vergolden würde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Und ein herzliches Willkommen zurück, liebe Geschwister. Auf diesem Kanal dreht sich alles um das Evangelium der Gnade Gottes und die Lehren unseres Apostels Paulus, die für die Kirche der Leibchristi heute gelten. Das Evangelium, das Jesus, unser Herr, Gott und Erlöser Paulus gab, 1. Korinther 15, 1, 3, 4, ist das Evangelium, das uns heute rettet, und nicht das Evangelium von Königreich, das Jesus und die Zwölf nur den Juden predigte. In diesem Video werden wir uns mit dem Unterschied zwischen Jüngerschaft und Erlösung und deren Zusammenhang befassen, wie das heutzutage aussieht und ist es ein Muss. Wir werden auch das Thema fleischliche Christen ansprechen. Beigebracht wurde die meisten Christen, dass die Worte Jesus in Matthäus 28, 18 durch 20 sagte, den großen Auftrag für die Kirche darstellen. Aber was ist der große Auftrag für die Kirche heute? Die meisten Christen wissen dies nicht, weil sie in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes feststecken und den Rest, die der Bibel nicht lesen. Aber wir Heiden haben eine andere große Auftrag, es heißt den Dienst der Versöhnung. Beginnen wir mit dem großen Auftrag, der den Apostel gegeben wurde. Dann werden wir richtig teilen, zu Paulus gehen und sie vergleichen, um herauszufinden, wozu wir als Leibchristi, die Kirche, beauftragt worden sind. Diese Passage wird normalerweise als letzte Worte Jesus an seine Aposteln und als Marschbefehl der Kirche dargestellt. Die Passage lautet Matthäus 28, 16 durch 20. So, hier ist der große Auftrag an die Jünger und es steht für 16. Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa auf dem Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Und Jesus trat hierzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht sie Jüngern, alle Völker und taubt sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Amen. Bedenken wir, noch wurde das Evangelium des Königreichs gepredigt, bis sich die Dinge änderten. Später wurde das Evangelium der Gnade des Paulus von Petrus, Jakobus und Johannes angenommen. In Galater 2, 7 durch 9. Lasst uns die Parallelpassagen anschauen. Markus 16, 14 durch 18. Lukas 24, 36 durch 49. Johannes 20, 19 durch 23. Und Apostelgeschichte 1, 6 durch 8. Über Jungerschaft oder der große Auftrag. So, Markus Kapitel 16, der Auftrag zur Verkündigung des Evangeliums, natürlich das Evangelium von Reich und die Himmelfahrt Jesu Christi. Vers 15. Und er, Jesus, sprach zu ihm, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Ist das für heute? Nein. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Was-Zeichen, aber werden die Begleiten, die, glaube ich, geworden sind. In meinen Namen werden sie Was-Dämonen austreiben. Sie werden in neue Sprachen reden, singen. Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, Gift, wird es ihnen nichts schaden. Das sind die Zeichen. Denn Kranken werden sie Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Das sind die Zeichen. Schlangen aufheben, Gift trinken, Krankenhände auflegen und so weiter. Das sind die Zeichen der Aposteln. Denn der Herr wird nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzt sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftige das Wort durch die begleitenden Was-Zeichen. Amen. So, Lukas, Parallelpassage dazu. Der Auftrag zur Verkündigung des Evangeliums und immer noch das Evangelium vom Reich. Vers 44. Er, Jesus, aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, und so müsste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Büße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon, und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. So, Apostelgeschichte 1, 4 durch 8, die Ankündigung des Verheißungen des Heiligen, also der Heiligen Geist. Vers 4. Und als er, Jesus, mit ihnen zusammen war, gebot er ihn, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragte er ihn die, welche zusammengenommen gekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder die Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgelegt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. So, Johannes 20, 21 durch 23. Hierfür habt ihr gesehen, ich nehme die HFA, weil es mit dem King James besser übereinstimmt. Okay. Jesus sagt noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden erlässt, den sind sie erlassen. Und wen ihr die Schuld nicht vergibt, der bleibt schuldig. Bedenken wir, dass hier das Evangelium von Königreich gepredigt wurde. Matthäus 4, 23, 9, 35, 24, 14 und Markus 1, 14. Die erste Erwähnung von das Evangelium der Gnade Gottes findet sich in Apostelgeschichte 20, 24. Bis Paulus kam, wurde das Evangelium von Königreich gepredigt. Das war ein anderes Evangelium, als wir es heute haben. Das Evangelium des Königreichs beinhaltete Taufe und Böse. So, wir haben gesehen, was Jesus seiner Aposteln in den großen Auftrag lehrte. Was fehlt in diesem Auftrag, wenn er für die heutige Kirche ist? Es fehlt vielen von denen, was wir heute im Christentum haben. Gnade wird nicht erwähnt. Das moseische Gesetz war unter dem großen Auftrag in Kraft. Die Verwaltung der Gnade Gottes in Epheser 3, 2 wurde Paulus übertragen. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass das Wort Gnade in den Evangelien 13 Mal vorkommt. In den Briefen des Paulus, nur halb so groß wie die Evangelien, kommt das Wort 144 Mal vor. In der Apostelgeschichte kommt es viermal vor Paulus und zwölfmal danach vor. Wir kennen die Gnade von Paulus, nicht vom großen Auftrag oder von Petrus und die Aposteln. Petrus bot seinen Zuhörern nicht das vergossene Blut Christi zur Vergebung der Sünden an. Er beschuldete die Juden des Verbrechens des Blutes Christi und des Kreuzes und forderte Büße und Taufe zur Vergebung der Sünden. Die Bedeutung des Blutes, des Todes und des Kreuzes Christi als Bezahlung für die Sünde erfahren wir erst bei Paulus. Für Paulus ist das Kreuz der große Sieg über die Sünde und Tod und die Grundlage unserer Erlösung. Kolosser 1, 20, Römer 3, 21 durch 26 Kolosser 1, 20 Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von den Gesetzen und Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlende Ehrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. So, dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Söhnopfer bestimmt, dass wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die so vorgeschehen waren. Als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den Rechtfertiger, der aus dem Glauben an Jesus ist. Im großen Auftrag wird nichts über die Bedeutung der Auferstehung Christi als Grundlage für den Beweis eines Sieges über die Sünde oder über die Bedeutung für unsere Rechtfertigung gesagt. Okay, Matthäus Kapitel 10, Jesus sendet seine Aposteln aus. Gehen wir zu Vers 5 durch 8. Diese zwölf sahen sich Jesus aus, gebot ihn und sprach, Begebt euch nicht auf die Straße der Heiden und betretet keine Stadt der Samariter. Geht vielmehr zu den verloren Schafeln des Hauses Israel. Geht aber hin, verkündigt und spricht, das Reich der Himmel ist nah herbeigekommen. Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, wegt Tote auf, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gäbe es. Über die Aufhebung der Unterscheidung zwischen Juden und Nichtjuden in Christus wird nichts gesagt. Im großen Auftrag ist das Gegenteil der Fall. Im großen Auftrag hatte der Jude Vorrang. Epheser 2, 13 durch 16 und 3, 6. So, Epheser Kapitel 2. Ich zeige euch das hier alles, weil ich will, die Unterschiede zwischen dem großen Auftrag und wie sich alles änderte nach Jesus seiner Himmelfahrt und dass der Heilige Geist kam und Paulus das Evangelium der Gnade Gottes empfing. Vers 13 Jetzt aber, in Christus Jesus seid ihr, die einst fern ward, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unsere Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, in denen er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen, was hinwegt hat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und um die beiden im einen Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Juden und Heiden sind eins in Christus durch Glauben wegen das Kreuz und die Gesetze in Satzungen sind weggetan. Im großen Auftrag wird nichts über die Kirche als Leib Christi oder die Lehre gesagt, dass wir geistlich in Christus hineingetaubt sind und Glieder seines Leibes werden. Epheser 2, 6, 3, 6, Kolosser 1, 18, 1, 24 und 1, 27 Auch uns, die wir tot waren durch die Übertretung, mit den Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlische Regionen in Christus Jesus. Epheser 3, 6, das nämlich die Heiden mit Erben und mit zum Leib gehörige und mit Teilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. So, Kolosser 1, 18 und dann machen wir 24 durch 27. Okay. Und er, Jesus, ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allen der Erste sei. So. Jetzt freue ich mich in meinem Leiden, Paulus, die ich um euren Willen erleide und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnisse des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welche die Gemeinde ist. Deren Diener bin ich geworden gemäß der was? Der Haushalterschaft oder Dispensation, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrechten soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter der Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Im großen Auftrag wird auch nichts darüber gesagt, dass Gläubige an Christus eine himmlische Stellung haben oder dass wir eine himmlische Staatsbürgerschaft haben. Epheser 1,3 und Philipper 3,20 Okay, Epheser Kapitel 1, nie mehr Kontext. Ähm, okay. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an den Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unseren Vater und den Herrn Jesus Christus. Vers 3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Philippa Kapitel 3 Nehmen wir auch wieder Kontext? Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben. Ihr Gotteser Bauch, sie ruhmt sich in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Vers 20 Unsere Bürgerrecht aber ist wo? In Himmel. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten, als den Retter. Woher kennen wir denn die eben genannte wunderbare Wahrheiten? Wir kennen sie aus den Lehren von Paulus, den Apostel der Heiden, den Apostel der Dispensation, der Gnade Gottes. Der Apostel Paulus offenbart uns, all diese Segnungen und seine Lehren sind für uns heute. Sie sind die Schlüssel zur Lösung aller dieser Probleme, Konflikte und Widersprüche, wenn wir das Wort der Wahrheit richtig teilen. Was war also notwendig für die Jüngerschaft im Evangelium von Reich? Schauen wir uns an, was jemand tun müsste, um ein Jünger Jesus zu werden. Lukas 14, 26 und 27, Matthäus 19, 21 und Markus 16, 16 durch 18. Großer Auftrag, Jüngerschaft. So, Lukas Kapitel 14, hier sind die Bedienungen der Nachfolge oder Jüngerschaft, okay? Vers 25 Es sog aber eine große Volksmänner mit ihm und er wandte sich und sprach zu ihm, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht sein Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er was? Nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet der Kosten, ob er die Mittel hat zur gänseligen Ausführung. Matthäus 19, 21 Jesus sprach zu ihm, Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. So wirst du ein Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. So, Markus Kapitel 16, haben wir vorhin auch ein bisschen gesehen. Beginnen wir bei 15. Und er sprach zu ihm, Jesus natürlich, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium, das war das Evangelium von Reich, der ganze Schöpfung. Wer glaubt und und getauft wird, Werke, das ist heute nicht mehr der Fall, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, das geht noch heute, der wird verdammt werden. Das stimmt noch. Aber heute ist die Taufe nicht mehr notwendig für die Erlösung. Damals war es. Vers 17, die Zeichen. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Und das wird auch heutzutage übertrieben. Es gibt die sogenannte hier Dämonenschlachter, was weiß ich. Und manche Christen sind völlig völlig hier besessen von Dämonenaustreibungen. All das hier Dämonen sind zwar wirklich hier vorhanden, aber die können einen wahren Christ nicht besessen, also nicht in Besitz nehmen, weil da ist nämlich der Heilige Geist. Und wo das Licht ist, kann kein Finsternis sein. So, sie werden Dämonen austreiben, mein Name. Sie werden in neuen Sprachen reden. Die Zungen, nicht gibberish, Sprachen, echtes Sprachen. Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, Gift, wird es ihnen nicht schaden. Das ist heute nicht mehr der Fall. In Amerika gibt es immer noch Kirchen, die Schlangen aufheben und werden sogar gebissen und sterben. Und die trinken Gift und enden im Krankenhaus. Das ist heute nicht mehr alles. Das war Zeichen für diejenigen, die Jesus nachfolgen wollten. Sie werden kranken, die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. All diese Dinge waren zusammen mit dem Evangelium von Königreich. Das ist heute nicht mehr. Wir haben das Evangelium der Gnade Gottes. Wir sind bei Paulus und nicht mehr vor dem Kreuz. Wir sind kurz vor der Entrückung nach dem Kreuz. Wir sind nicht mehr unter das Gesetz. Moses, wir sind frei in Christus. Und das ist halt so. Einer hatte mir gesagt in dem Kommentarbereich, du willst doch nur frei sein. Und ich wollte antworten, ja, ich bin doch frei. Ich bin in Christus. In Christus sind wir frei. Nicht frei zu tun, was wir wollen. Obwohl, das könnte man theoretisch ohne die Erlösung zu verlieren. Aber der Geist zeigt uns das Gegenteil, wenn wir gerettet sind. Okay. Gott hat uns als Botschafter für Christus beauftragt. Gott hat uns den Dienst der Versöhnung 2. Korinther 5, 11 durch 21 anvertraut. Das ist unser großer Auftrag. Gott hat uns als Leib Christi beauftragt, der Welt zu sagen, dass er die Welt durch den Tod und die Auferstehung Jesus Christus mit sich selbst versöhnt hat. Und hier ist es unser Auftrag der Dienst der Versöhnung. 2. Korinther 5, 11 durch 21. Ich versuche es ohne zu weilen. Okay. Vers 11. In dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher die Menschen zu überzeugen. Gott aber sind wir offenbar. Ich hoffe aber auch, in euren Gewissen offenbar zu sein. Denn wir empfehlen uns nicht nochmals selbst euch gegenüber, sondern wir geben euch Gelegenheit, euch unsretwegen zu ruhen, damit ihr es denen entgegenhaltet könnt, die sich des äußeren Ruhm, aber nicht des Herzens. Denn wenn wir je außer uns waren, so waren wir es für Gott. Wenn wir besonnen sind, so sind wir es für euch. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesen überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. So kennen wir denn von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch? Wenn wir aber Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Als altes Vergangen siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, in denen er ihnen die Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun was? Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott, unser Auftrag. Denn er hat den, der von keiner Sünde wüsste, für uns, zu Sünde gemacht, damit wir in ihn zur Gerechtigkeit Gottes wurden. Wow. Gemäß diesem Auftrag sollten wir niemanden nach dem Fleisch beurteilen. Wir sind alle Sünder. Römer 3, 23. Amen. Gemäß unserer Auftrag sollten wir der Glaube zur Erlösung verkünden. In unserem Auftrag ist alles von Gott. Nichts, was wir tun, kann bei Gott Akzeptanz finden. Es gibt kein Opfer, Festtage oder Taufe. Die Erlösung erfolgt durch einfaches Vertrauen auf Christus und das Werk, das er für uns getan hat. Okay, liebe Geschwister, ich sehe, dass ich erst die Hälfte meines Skripts durchgearbeitet habe und dass wir schon 30 Minuten haben. Also werde ich den Rest in meinem nächsten Video behandeln. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Das nächste Video wird interessant sein. Wir werden über den fleischigen Christen und das spirituelle Wachstum sprechen. Bitte bedenke, es geht hier nicht um mich. Ich mache das aus freiem Willen. Ich würde niemals finanziell profitieren wollen, wenn ich die Wahrheit über die Erlösung verkünde. Ich möchte nur dabei helfen, die Fröhre der Heiden hineinzubringen und geduldig darauf zu warten, dass unser Herr Jesus uns hier rausholt. Hoffentlich bald. Ich liebe euch alle im Herrn. Bis zum nächsten Mal oder in die Wolken. Maranatha. Maranatha.